WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR warm up welcome to hadhim tag news my abduirmateen today we will do redmi 9a bauten mit dem bauten mit dem bauten. Hier ist 14,600 Euro progresse. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Das ist eine 2GB RAM, mit 32GB-ROM. Und die Farbeinung ist das Grinite-Grey. Das ist ein Grinite-Grey. Das ist die Farbeinung. Das ist die Farbeinung. Wir werden die Farbeinung mit dem bauten. Das ist die Farbeinung. Wie soll man das? Ist das nicht? ist das hier die er ist nicht, denn hier ist die Redmi 9C. Sie werden in den eigenen Auflösen-Lounge geöffnet werden. Sie können sich die Redmi 9A zu verabschieden. Aber wenn Sie sich nicht abonnieren, dann können Sie sich auf die Bele anbieter und die Bele anbieter auf die Notifikation zu verabschieden. Sie können alle Anbieter einbieter und die Anbieter anbieter von jedem Video zu verabschieden. ein ja 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 und auf dem Redmi 9 steht, mit easy access zu den Google Apps you use most und ich habe schon gesagt, dass die Brand erwähnt werden, ich habe nicht zu tun, wenn ich mit dem Huawei mit Google die Probleme verwendet habe, ich habe es zu machen, ich habe ein Grinite Grey und 2GB RAM mit 32GB RAM, das ist die Sache, wir werden in den Box gehen, wir werden die Wrappingen unterbrechen. ab ja habe ich ein hier haben wir hier mit 9 a verbrechen und hier mit 3-4-malen hier haben wir hier mit 6.5 3-inch hd-plus drop display 5000 mAh baterie mediatek helio g25 octa-core 2.8 gigahertz processor 13 nr. AI rear camera 5 nr. Selfie camera wir haben hier die device haunt. hier habe ich meine Logos powered by Android mit dem hier haben wir sehen, was hier ist ein Sim ejector tool in der Bucksite. Hier ist ein Paperwork, ein Buch, ein User Guide. Hier haben wir keine Slicon Case, aber ich denke, dass ich das Slicon Case habe ich habe einen scharf auf dem die 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 kappen mit led flash und 13 Megapixel Kamera und die die Bumseile ist, wenn man das sieht, ist es ist ein Dual-Kamera, aber es ist ein LED-Flex mit einem Design-Kamera, hier gibt es eine Art Design-Kamera, die ich im Bildung habe und die Seite, die ich habe, ist eine Green-Aid und die ist, dass die Front-Side ist, hier ist ein Small Hole-Punch-Kamera und Waterdrop-Notch, aber wenn man sieht, sieht man, das ist ein Black-Kamera, ein water-drop notsch display 6.53 display size live resolution hd plus 720 1600 resolution year seconds 29 29 9 color brightness full wwaven 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 die die das 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 Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht habe, dass ich mich überrascht habe. Und wenn ihr die nächsten Videos habt, dann abonnieren und abonnieren und abonnieren und abonnieren.